Hallo Leute Knochen hier zusammen mit Kaiser Franz heute spielen wir das Ultra Hardcore Game Alandi, nee, wie heißt das? Alamandii. Ach, da steht's ja oben. Alamandii. Alamandii. Ja, das haben wir mal vor zwei, drei Jahren gespielt. Oh ja, drei werden das sein. Ja, einfach zufällig Ich hab hier mal im Supermarkt ihr so ein Wimmelbildspiel gekauft für einen Euro oder so und da war das mit drauf. Irgendwie als Demo oder irgendwie, ich weiß das auch nicht mehr genau. Und dieses Spiel wirbt ja damit, das ist so ein Spiel für Casual Gamer, die nebenbei mal irgendwie ein Spiel spielen wollen, die harmoniebedürftig sind und die, so wie es hier geworden wird, nur nette Menschen um sich herum haben wollen. Das fanden wir schon richtig zum Kotzen und deswegen haben wir auch natürlich uns angemeldet, ist klar. Und wir waren, glaube ich, die Einzigen, die auch mal geflucht haben hier oder die Leute bepöbelt haben, nicht wirklich, also naja. Gut, also ich würde mal sagen, wir fangen an. Ähm, Spielfigur aussuchen. Ich nehme eine männliche Figur. Was ist das? Ach, Hautton. Alles unnatürliche Hauttöne hier. Ich glaube, ich nehme den etwas sonnengebräunten Typen hier. Achso, weiter. Was gibt's denn noch? Haarfrisur. Äh, Haarfrisur. Das passt natürlich. Ich glaube, irgendwas mit Bart. Oder sieht aus wie John Pintz hier. Oder John Pintz mit kurzen Haaren. Was futterst du da? Ne, jetzt höre ich sie gar nicht mehr. Hallo? Ne, nicht. Ich futtere nicht. So, Frisur. Was nehmen wir denn hier? Das sieht auch nicht schlecht aus. Das sieht irgendwie... Die hatte ich, glaube ich, schon damals. Die Haarfarbe dazu. Nehmen wir New Metal Purple. Oder was ist das? Rot. Weil das ist eher so braun. Oder bläutig. Ne, New Metal Purple. Wo heißt einer Blümchen? Blümchen? Achja, du bist schon drin. Du hattest dich ja schon angemeldet. Ah, ich nehme diese gut getrimmten Augenbrauen hier. Ne, die sehen scheiße aus. So. Und die Augen dazu. Irgendwas fieses. Hier gibt's gar keine fiesen Augen. Ich lass die irgendwo. Nase. Ne kleine Feine, so wie meine. Guck, die sind irgendwie alle kacke aus. Weiß auch nicht. Mhm. So sieht er ein bisschen zerdroschen aus. So eine Knubbelnase. Oh. Oder so einen richtigen Kamelhöcker hier. Oh, blauer Engel. Blauer Engel. Nein, wie knuffig. Ich nehme die Nase. So, weiter. Bin ich fertig? Noch einen Mund dazu. Gibt's auch keine fiesen Münder hier. Aber wir sind ein Spiel, wo nur freundliche Spiele sind. Jeder hat sich gern. So ein Bullshit hier echt. Ich nehme den Mund so weiter. Bin ich jetzt fertig. Klamotten. Mein Gott, sieht doch eh alles gleich aus. Und so einen schwarzen... Oh Gott. So, ich glaube diejenigen, die das Spiel spielen. Also jetzt hier. Das sind so Menschentypen, die zu Ballermann fallen. Die was? Die zu Ballermann fallen. Meinst du? Ja, genau. Ich stell mir das auch vor. Weißt du, so eine Untervögel... äh, so eine... äh, nicht so... Genau, genau. Schuhe. Oh Gott, ey. Was man sich hier nicht als aussuchen muss. So, ich habe jetzt sowieso ein komplettes Outfit an. Ich bin fertig. Und ich kann rein. Juhu. Hier am Treffpunkt kannst du mit anderen Spielern plaudern oder einem Spiel teilnehmen. Jeder Ort in Marani hat einen eigenen Treffpunkt. Ah ja, wir müssen uns ja zusammenschmeißen, oder? Wie... wie macht man das? Weißt du das noch? Das weiß ich auch nicht mehr. Wenn du auf der Bild hier kannst du Profil sehen, kannst du sehen, mit wem du befreundet bist und dir neue Kleider aussuchen. Okay. Da ist die Karte. Wirst du schon drin eigentlich? Ja, wenn du mit anderen Spielern spielen willst, musst du klick auf diesen Knopf. Aber wir müssen ja so eine Art Gruppe bilden hier. Und ich muss mal diese scheiß Musik leiser machen. Ordne immer drei gleichfeilige Sternen zusammen versuchen, seine Schildkröte zu schauen. Wer fünf Schildkröten will... was? Das lese ich mir später durch. Ach ja, hier gibt es ja auch so Gärten, ne? Kick auf den Blitz, um weitere Informationen zu erhalten. So. Hier stehen Leute, ich weiß aber nicht, ob du hier stehst. Wer hast du denn? Wie heißt du denn? Cropsey. Ich sehe dich. Dann such mal... Du musst ja... nee, du musst durch... Du musst jetzt... äh... Rätsel... lösen. Ich muss Rätsel lösen. Mhm. Du musst etwa... Ja, du musst mich finden. Blauer Engel. Ich bin weiblich. Madina. Ich Traum. Ich sehe mich. Okay. Du bist weiblich, ja? Mhm. Migma? Mhm. Ne, die hat schon so viele Sterne. Okay, man muss auf die Sterne gucken. Bist du denn mit diesem Ficke... B-b-b-b-b-b-t-t-t. Neiiin. Weiblich. Ich habe schon einen Namen, ja. Bist du auch wirklich hier? Du hast gesagt, du siehst mich, ja? Ja, ich sehe dich. Du hast lila Haare oder so. Ja. Ich bin rechts. Und die erste Reihe. Massakrator. Ja. Weißt du, wie ich dich gefunden habe, weil das fast so ein bisschen aussieht wie du. Okay, Massakrator. Dritte mit anderen Spielern in Verbindung und teile Inhalte, blablabla, laber die Sülz, okay. So, hier kann man, ich glaube, auf das Plus ist befreundet. Klick hier und mach dieses Spiel zu deinem Freund. Massakrator. Da habe ich jetzt drauf geklickt. Mhm. Oh ja, da habe ich was bekommen. Ja. Ja. Weißt du noch, wie das weiter geht? Ähm. Hm. Okay. Ich, ja, ich weiß ja gar nicht. Nee, ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Warte mal, ich habe jetzt Freunde hier. Nee, da steht null. Ah, da steht jetzt glückliche Haustiere und Pflanzen, das gab es doch nicht da raus. Ich glaube, du musst mich auch dazu fügen, oder? Echt? Denke ich mal, ja. In mir steht, du bist offline. Ich glaube, du musst mich dazu fügen. Ach nee, jetzt habe ich hier eine Anfrage. Äh, was ist das? Aufklicken. Hat deine Freundschaftsanladung angenommen. Da müsste ich ja jetzt Freunde haben. Ich bin nicht Freunde. Smiley, viel Spaß. Ähm. Ach, da bist du ja. Wo kann ich das nochmal sehen? Kannst du mich einladen zu irgendwas, oder so? Warte, ich muss zurück. Äh. Zu. Wie machen wir das? Bei mir steht aber, dass du offline bist. Aber ich bin ja nicht offline. Bei mir, wenn ich bei dir auf Freunde klicke, wirst du, werde ich mir selbst angezeigt als online. Wie mache ich das? Ach so. Ach so. Aber du bist ja schon in meinem Dings-Dorf. Das ist mein Freund hier. Na, aber wir müssen doch so eine Gruppe bilden, oder wie war das? Wir müssen doch irgendwie uns hier zusammenschmeißen. Spieler suchen Freunde. Du hast einen Freund. Ja. Spielen. Hier startest du das Minispiel. Auf der linken Seite. Aber da war noch... Irgendwo... Postkleidung bauen, reißen. Guck mal hier, hier ist das Spiel gezielt mit bestimmten Freunden. Wo? Hier. Auf dem... Hier. Hier. Nein, auf dem... Da, wo alle rumgammeln jetzt. Da oben. Da ist so ein Viereck mit so einem grünen Playzeichen. Aha. Soll ich da aufklicken? Ich ne, ich klicke mal drauf. Nur Wippe aber können gezielt mit Freunden spielen. Rettet. Ich klicke mal drauf. Vielleicht ist das nur für die paar Münzen. 100 Münzen. Du hast 550 Münzen. Ja. Also soll ich auch auf VIP klicken? Äh, ja. Warte mal, was kostet das? Wippe haben wir für eine 5,99 im Monat. Hä? What? Nee, he, he, he. Weißt du, wie... Wir waren mal VIP. Weißt du wie? Wir hatten irgendwie... Ja, wir hatten Gutscheine. Ich glaub, die kommen aber später. Ja. Gut. Ich zahl aber für dieses Spiel. Hä? Hä? Warum nicht? Nee. Ja, da muss... Da muss aber erstmal jeder für sich spielen. Ich weiß gar nicht mehr, was ist denn das hier oben. Mal 20, mal 100, irgendwas. Gut, wir sind ja Übungsliga. Ich klicke mal auf Spielen jetzt. Hier startest du das Minispiel, okay? Mhm. Es ist leid, was? Alter, was für ein Abzocker-Fuck, ne? Aber wenn man sich so die Namen anguckt, die... Osiris. Molly. Ja, aber ich bin ja nicht mit. Ja, musst du halt selber erstmal für dich. Jetzt geht bei mir was los. Bist du vielleicht irgendwie so ein Gutschein oder so ein... uns mal einen Tag Wipper spielen hier. Oh, fuck, was ist das denn? Ach, doch, wir sind zusammen. Was ist das? Wie ging das? Das weiß ich nicht. Da muss... Ach so, das muss man... Ach so, dieses Verschieben hier. Das ist wie Tetris so. Ach so, das ging ja nach Geschwindigkeit hier, ne? Ja. Du machst was, ich mach was, was... Juuu. Wie heißt denn das Spiel? Ah, das Spiel heißt irgendwie. Aha, alles klar. Er hat bestimmt einen Namen, denk ich mal. Ganz bestimmt. Meinst du, man hat meine Waschmaschine die ganze Zeit im Hintergrund gehört? Ich hab sie nicht gehört. Gut. Gott zu wissen. So, oh man. Spielen wir erst gegeneinander, oder? Ich glaub schon, ja. Ich glaub schon. Ist das bei dir auch so klein? Ich kann das nicht größer machen, das Spiel, ne? Also, klein ist das nicht. Das geht eigentlich nicht. Bei mir ist das so ungefähr ein Viertel Bildschirm hier. Ich krieg's auch nicht größer. Das ist ja nur, äh, minimieren und, äh, zumachen. Kann es sein, dass wir das... ...so lange spielen, wie diese Schildkröte, oder was das da ist? Ähm... Ach ja, die muss irgendwie nach unten, oder irgendwie so ein Smoons. Ja, ja, denk ich mal. Naja, irgendwie so war das. Genau. Der Trick ist, du musst diese Schildkröte nach unten bekommen. Und die muss auch nach unten aufgefangen werden, glaub ich. Ja. Cooles Spiel. Meine guckt nur dumm rum. Ich weiß nicht, jetzt häng ich hier irgendwo fest. Hier, komm, nach oben müssen wir auch noch was machen. Äh, ich. Das hier rüber. Mhm. Und das macht sich von selbst hier. Die auch. Dann hier noch. Zack. Hm, ich brauch hier ein paar blaue. Da, blau. Gelb. Weiß. Ja, ich hab meine drin. Und da kommt jetzt schon wieder einer. Ja. Wie lange läuft denn das? Bis du alle Schildkröten unten hast. Wie viel sind denn da? Ich weiß das nicht. Da, fünf. Fünf Schildkröten. Ja. Dann wirst du ja Matsch in der Marille. Nee. Okay, ich hab gleich wieder eine. Und hier noch. Und in diesem kleinen Fenster sehe ich, wo deine, wie du, wie weit du bist, ne? Hm, ich glaub ja. Ja, ja, doch da, ne. Ne, das bist du. Ich bin ein, zwei da unten. Ja. Ich bin schon weiter unten. Also du siehst mich dann in dem kleinen, ich, ich sehe dich. Ja. Und das ist so klein, dass ich eigentlich gar nicht sehe. Das ist so klein, dass ich die Turtle hier runterkriege. Oh. Du bist ja ein Angeber, ey. Ich hab' gefahren. Jetzt, jetzt, jetzt. Neu, nochmal? Nee, lass mal was anderes hier. Neu, statt, nee. Oh, ich hab' Schätze. Ach hier, das war ja mit diesem, ja. Schatzkram hier. Ich glaub, da wird man dann VIP, oder? Kann sein, ne? Doch, da steht doch, wenn man jetzt alle hat, also alle Städtchen voll, dann kriegst du einen VIP-Status. Weißt du? Ich hoffe das. Das ist dann instant. Tschüss, kurva, VIP. Aber ich muss hier nochmal, äh, Menü, Optionen, die Klänge auch leiser machen. Gibt's hier ein Menü? Wo ist denn das? Ach da. Da ist gut. Da ist eine Seite. Optiones, Musikales, kleiner Maches. Okay. Okay. Fortsetzen. Ich sehe gar keine Vögel, ehrlich gesagt. Nee, ich auch nicht. Das Minispiel ist nur das Turtle-Ding. Ich glaub, da muss man erstmal ne Weile durch, glaub ich. Du kannst das auch auf 40-fach spielen, oder 100-fach. Was auch immer das bedeutet. Naja. Hast du schon aufs Spielen geklickt? Nee, mach ich jetzt spielen. Muss ich halt nochmal als Schildkröte hier. Aber ich sehe jetzt bei mir und bei so einer anderen und bei dir die hat so ein Deutschland-Ding an da. Ist jetzt so ein, so ein, so ein Lade-Dings, ne, drüber. Äh. Jetzt geht's los. Alter, ist das spannend. Die spielt mit. Oh Gott. Oh, nein, nein. Ich hasse es, wenn andere mitspielen. Was sind diese Angeber? Ja, ich bin auch so ein Nihilist. Ich verachte eigentlich fast alle anderen Menschen. Oh, Mann, ey, Molli. Molli, die ist bestimmt auch sehr Molli. Wieso spielt die eigentlich mit? Weil sie sie auch angemeldet hat. Will einer mit ihr spielen? Vielleicht hat sie sich nicht untenrum gewaschen und wir müssen sie jetzt hier zwangsweise mit durchschleppen. Ich hab da sogar Russen gesehen, ne? Ja. Naja, ich glaub, da können, ich denk mal, das sind Deutsche. Aber ich weiß gar nicht, ob es da auch in einer anderen Sprache gibt, das Spiel. Ehrlich gesagt. Mhm. Also, ich mein, so Deutsch-Russen, ne? Die halt nur... Oh, guck dir die mal an. Ey, ich mag sie nicht. Weißt du, da sprichst du mir aus der Seele. Was für eine Bitch, Alter! Cropsey, fuck you. Ach, nee, ich bin ja Cropsey. Mo. Nee. Alter, nee. Fuck off, bitch. Ich hab hier einfach auf den Kopf, uns zu spielen. Nichts. Ey, was für ne Poser-Scheiße. Ey, was für ne Poser-Scheiße. Ja, das sind diese... Leute, die ich sonst... Was für ne Poser-Scheiße. Ich geh mal kurz auf mein, äh, Bauen. Auf was? Hier kannst du dein Haus und dein Garten bauen. Gestalte Flan... Okay. Wo? Wo ist das? Ich hab nicht mal... Ja, unten, das Haus. Ja, aber ich hab da gar nichts. Ich hab hier Nüchte. Doch, hier hab ich ein Haus. Kostet null. Die erste Kascherme kostet gar nichts. Okay. Speicher. Ja, Babscha-Klose-Tower. Kann ich nur was anderes hin, Herrmann? Tausend? Oh, ist die teuer. Nee, das einzige, was gar nichts gekostet hat, war jetzt dieses blöde Klohaus. Echt? Hm, hm, hm. Dann kannst du natürlich alles hier für Echtgeld. Du kannst ja natürlich noch mehr Sachen kaufen. Ich kann mich gar nicht verstanden, dass Menschen für dieses Spielgeld ausgehen. Doch, ich... Warte mal. Du kannst einen zweiten Garten bauen. Will ich aber nicht. Was ist das denn hier? Blicke hier, um das Aussehen deiner Spielfigur zu ändern. Will ich nicht. Was ist das da unten? Neues von Freunden. Ach ja, du kannst ja Geschenke an diesen scheiß Baum hängen da. Ach so, ja, stimmt. Doch, ich glaube, Leute, die sowas spielen, sind die, die sonst... Also, nicht so wie wir hier, äh, irgendwelche Ballerspiele noch spielen und so, ne? Äh. Das sind diese Facebook-Spiel-Spieler, weißt du? Ist das? Ja, ich glaube schon. Ja, können wir jetzt nur diese Schildkrücken-Kacke spielen? Ich will ja irgendwas anderes spielen, eigentlich. Hier ist irgendwas. So ein Filmchen. Schau dir jetzt ein Video an und verdiene zwei Münzen dazu. Zwei. Zwei Münzen. Was, wo? Vielleicht hast du das ja gar nicht. Bei mir ist das rechts an der Seite. Ich hab da einen Kompass. Hier erfährst du alle Details zur Schatzsuche. Ach so. Ich schau mir mal die... Und glückliche Haustiere. Dieses Video an. Und pflanzen. Nein, rechts an der Seite ist das. Rechts an der Seite. Da kommen immer so Nachmeldungen, wenn du willst hast. Ich guck jetzt das Video an. Das Fenster kann nach der Wiedergabe... Hier läuft gar kein Video. Der Bildschirm ist einfach weiß. Nee. Ich läuft nix. Scheiße, ich glaub das ist schon wieder hinüber hier. Kaputt? Ich glaub sie haben irgendwie kaputt gemacht. Ich krieg das nicht zu. Wieso haben die mir fünf Münzen genommen? Dann hast du irgendwas damit gemacht. Weiß ich auch nicht. Ich hab gar nix gemacht. Ey, ich schau mir nie wieder ein Video an hier, ne? Das geht gar nicht. Ich komm nicht aus dem Kack raus. Ich glaub ich muss das Spiel einmal schließen hier. So ne Verbrecher. Naja, hilft ja nix. So bullshit hier. Echt, ey. Da lief auch gar kein Video. Ich hab echt, wie gesagt, nix bekommen hier, ne? Ach. Kann man hier noch irgendwas? Kriegt man nicht irgendwie schneller? Haben wir das damals auch mal gemacht? Immer dieses selbe Kackspiel? Das ging doch irgendwie. Aber da ist nur diese Schildkröte. Und wird sie angezeigt. Warte mal. Man kann ja auch reisen. Du, wir können nicht hin und her reisen. Wo denn? Wo denn? Ah, da. Willst du nach Waldberg zu der Katze? Aha. Waldberg, ja. Hm. Was futterst du denn da immer? Du bist ja nur am Schweinskopf essen. Schokolade. Ich bin gleichfertig. Entschuldige. Kein Problem. Hier gibt's, glaub ich, Vögel. In Schweinsburg. Wie ist das? Ja, ja. Nee, Waldheim. Wo sind wir denn jetzt hier? Äh. Steht ja nirgendwo. Ich hab's auch schon wieder vergessen. Ja, pass auf. Bist du da? Ja, ich seh dich. Ich bin da, natürlich bin ich da. Okay, dann lass mal aufs Spielen gehen hier. Aber wo? Ach da, in der Mitte. Aufs Spielen? Ja, komm schnell. Was geht los? Ich hab keinen Bock immer die ganze Zeit mit hier 50 andere nur rumzugammeln, so, ne? So, hier war ja... Ach, das war mit Würfeln hier, ne? Wo waren die Würfeln? Ach ja, du, genau, du musst auf den Würfel, äh, Würfelklicken festhalten und dann so hin und her wackeln, ne? Wer ist denn jetzt dran? Du. Und man dürfte... Irgendwas dürfte man nicht. Ach, ich bin die Maus. Ja, du bist die Maus. Da ist noch eine. Ja, irgendwer würfelt auch für die Katze. Ich glaub, das bin ich. Nee, irgendwer würfelt für die Katze. Ach so. Ach, die Katze darf nicht die Maus... Äh... Würfel. War ich dran? Ja, du hast ja gerade gewürfelt. Nö. Oder, oder... Ne, die hat ja eine 6. Jetzt bin ich dran. Ja. Jetzt, äh... Aber... Äh? Jetzt hab ich auch für die Maus gewürfelt. Ja, wir... Wir spielen die Maus zu dritt. Und die Katze, das ist ja... Ach guck, 5er und 6er, äh, das ist... Äh, der... Das... Für die Katze gewürfelt. Und die 1er bis 4er sind für die Maus. Ah. Und so eine Kreuzung muss man immer angeben, wo die Maus langlaufen soll. Mhm. Dann kann ich mich noch was sagen. Scheiße. Wie soll ich nimm? Nimm nach oben. Oh! Kriegt ihr nach unten? Ja, zu spät, äh. Ich hab bis jetzt nur einmal gewürfelt, weil... Ich das immer verpasst. Oh, die Maus, äh, die... Die, äh... Katagafel kommt hier. Die wird doch dann so verprügelt, die Maus, ne? Ja, ja. So sieht das immer aus. Würfelt die auch für die... Weil die doof ist. Olus Brazos. Oh, und jetzt kriegt die noch 2 plus. Ach so, ich bin... Ach so, ich bin... Mh. Hast du geschissen, oder was? Ich... Ich hab hier 2 andere Kandidaten messen. Ja. Ah, einfach wegschnüffeln und dann... Ja. Alter, lass die nicht mehr würfeln. Hast du es jetzt weggeschnüffelt? Bist du fertig, oder was? Äh. Das ist schief. So macht man das. Einfach nicht mit zu viel Schwung. Ja. Lander. Lander. Wie war es auf dem Ballermann, hm? Ne, aber weißt du, wenn ich mir noch viel vorstellen kann, wer hier spielt? Irgend so eine Chefinnen. Oh. Weißt du? Äh. Ja, meine Chefin. Zum Beispiel. Die spielen so ein Schmonz hier. Ich glaub, das war's. Ja, ich hab eben auch... Ah, ne, die ist jetzt hinter uns. Oh, oh, oh. He, he, he. He, he. Mal, Wunder, mach ganz scheiße. Ja, Blanta, du brauchst sowieso schreit. Du bist so eine Bitch, man. Ja. So, schreib mal Bitch. He, he, he. Hat dich... Irgendwer hat wohl doch mal angeschrieben worden, so dann... ...gesoxiert, ne? Ja, ja. So, hey, müsst ihr so reden, irgendwie so? Komm, wir machen das nochmal, oder? He, he, he. Sag mal, bist du bekloppt, Alter? Wieso bist du nur drin, ne? Der klickt auch auf, da. Ach, ich hab ja... Äh. So, nochmal. So. Los! Auf, auf was? Auf was soll ich klicken? Den Haken, wir machen es nochmal, Haal. Also auf, ja, ne? Ne. Du solltest abbrechen. Aber irgendwie hab ich Steine bekommen. Jetzt bin ich mit der alleine hier. Och, Mensch. Mensch. Oh, da ist ja nicht Landa. Hm, hey, Landa, Puppi. Was mag ich das, Mac? Darf ich die Streuchen, Schatzen? Ja. Hier liegt so viel Fisch. Das erinnert mich an dich. Was? Wieso? Ne, nicht an dich. An, an... Ich schreibe jetzt an alle. Na. Was geht, Leute? Na, ihr motherfuckers. What up, you kitty fiddlers? Alles. Gut. Hä? Hä? Du bist doch so zerschossen im Kopf. So, ich hab ne 6 gewürfelt. Hey! Es ist einer, der steht hier in der Mitte und hat ne Krone im Kopf. Wie ne Krone im Kopf? Über den Kopf. Achso. Ich muss nur kurz was prüfen. Hm. Leck das auf. Viel Spaß mit, mit, wie heißt sie? Lander? Lander. Aha. Wirfeln eine 6, die Biatch. So, jetzt der Chef hier. So macht man das. Immer kleine Schritte. Die würfelt bestimmt gleich wieder eine 5 oder eine 6 oder eine 12. Ich schwöss sie nicht. Ist ja ein Teil von der 12. So. Ist das thrilling. Ne 4, ja. So macht der Chef. Ich will das ein bisschen schneller machen. Hier kommt, geht einfach weiter. Ich will den Kram da gar nicht mitmachen. Oh, Titz. Dafür ist das gedacht. Da kommt die Katze 2 vor. Muss mir doch mal einer sagen. Hier eine 1. Oh, so clever, du. Komm her. Siehst du? Schon wieder eine 4. Warum machen es die Profis? Bin ich gar nicht drauf gekommen, dass man auch für die Katze würfelt. Ich habe mich schon vorher gefragt. Wie war denn das mit der Katze? Ich weiß, dass die Katze irgendwann läuft. Und ich dachte eigentlich, man würfelt für die Katze. Ja, dann lass doch die Nummern tauschen. Hey, na, bist du schon wieder da? Ich höre dir, ne? Ja, was denn? Meine Katze war in ihrem früheren Leben ein Künstler. Und ich glaube, sie hat Stone Age gebaut. Was hat sie gebaut? Stone Age. Oh, Stone Age. Oh, Stone Age. Oh, Stone Age. Echt? Hat sie das extra schön zusammengebaut, oder was? Ja. Und ihre AA. Mit ihrer AA. Oh, die Stone Shit. Stone Age, hey, hey, you motherfucker. In die Stonehenge reden die ja nicht so wie in Orkaleiner. Orkaleiner. Nein. Ich würde gerne das Fenster vergessen. Oh, jetzt habe ich auch ein Filmchen. Also, ich habe es gelassen, weil bei mir lief ja nichts. Und irgendwann so nach zwei Minuten konnte ich auch weiterklicken, aber ich habe ja nichts bekommen dafür, ne? Ich hatte nur einen weißen Bildschirm. Okay. Und zwei vor. Hier, wir sammeln die fette Münze ein. Ach nee, da muss man stehen bleiben für die fette Münze. Ist ja scheiße. Ich höre dich nicht. Oh, jetzt soll es ja gleich. Ey, sie wieder mit ihren 2 Mark Mikro hier. Nichts hört man. Hui. Also, ich habe das Filmchen gesehen und ich habe zwei Münzen bekommen. Wahnsinn, zwei Münzen. Aber wieso habe ich jetzt, äh, die nehmen für die Spiele, Münzen? Ja, natürlich. Da kannst du ja oben wählen. 20, 40, 60. Je nachdem kriegst du natürlich auch dann mehr Ding ins Kirchen hier, ne? Aha. Okay, bist du schon fertig mit der, wie hieß die Nummer? Ja. Schatz, hier und ich haben es gerade durch hier. Okay. 96 Münzen, was bekommt der denn jetzt hier da hier? 48, 48, achso, wird einfach aufgeteilt. Nee, alter, Landa, leck mich am Arsch. Yvonne ist hier. Yvonne ist hier. Yvonne ist hier. Wo ist denn Chantal? Hi, tu? Scheiße. Nee, Schießer. Scheiße. Schießer. Ey, wie sind hier die mit den irren Namen? Landa, such schon wieder hier. Wazw? Matze 460. Je Mutzö! Er hat 5 Sterne. Oh man, der hat kein Leben, der Junge. Inkeburg, Mary. So, Kaiser, lass mal woanders hin hier reisen. Guten. Ich guck grad. Hier war doch, da war irgend noch was mit... Bingo ist da, das ist Spitzling. Ja, komm, das Bingo machen, Spitzling. Okay. Und danach machen wir mit nach Hausen oder irgendeinem Quatsch. Jetzt hab ich fast so viel Münze wie vorher. Jetzt hab ich fast so viel Münze wie vorher. Ich guck mal woanders hin. Ja. Ja. Ja.